ARD Text im Auftrag von Funk Ne, normal das Boah Glaub ich nicht Ah ne, Tank-Sniper, lol Der hat sich bestimmt Level Caps Tank Guide angeschaut Geht's bestimmt dann, oder? Da kommt auch ne Landship Landship War Der ist ja mit 2 und kommt zu den Landship Da Oh mein Gott Ja, gib mir halt Oh, hinter uns MG Hab den Headshot Da ist noch eine Cypher Äh, gerade in dem Moment gebrochen Oh mein Gott Der Medic hat mir reingedrückt Da hat ein Pio das Pferd Da ist normaler Typ drauf Der oben brennt Oh Oh Natürlich Da kommt einer ganz hinten Das neue Wie kann der mich treffen? Krieg's mich vor Mord krieg's vielleicht Ich glaube nicht Beide oben, oder was? Oh mein Gott, ich glaub irgendwie hat mich verfolgt Oh mein Gott 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 Du nicht Freundchen Oh mein Gott Mord Von der Nackten Mord Der Kill davor wurde ich von der Rafe Grenade geholt und die waren ein Meter von mir gestanden und die haben mich halt geäumt. Komm her Jakob. Oh, 97er Hedgehog. Oh, hinter uns ist noch einer. Boah, ich peek raus gemessen mit dem Hedgehog von dem Sniper. Jetzt Amo. Passt. Alter, ist wirklich... Oh, du bist ein Guildstour, ne? Nein, nein, boah, ich hab noch Schatz. Hätte mich anders nicht bekommen. Oh mein Gott, den hab ich ja voll verfehlt, Alter. Was hat der sich gedacht? A Rape. Warte, ich probiere, musst rein gehen. Oh mein Gott, sind da viele Leute. Das ist doch krank. Warum bin ich hier? Und Entschuldigung. Lohnsklave, revive mich. Nein, Lohnsklave ist komplett incompetent. Und wurde geweckt. Ebenfalls von der 80-Druck. Die formt sich da gerade ein zusammen. Der Sekunde, in der man zum Army-Fact geht, bei Spawns. SML E-Marks mit One-Shot. An der Level 5 war. Krieg dich vielleicht. Du stehst natürlich sehr ungünstig, oder? Ja. Ach, du bist da hinten. Vielleicht kommt Lohnsklave auch. Das war ich, ich hab nicht gedacht, dass... Ach so. Du bist da. Oh mannnnnnn. Er sollt'n hier weg... Oh, A nimmt sie an, perfekt. Hä? Der Atterry-Track? Ich muss dich direkt getroffen haben, weil die Kugel ist da nämlich noch an mir vorbeigeflogen. B... Rechtsaußen ist ein Level 50 oder so was, aber wir haben hier 20. Wo ist ganz bewusst aus? Jetzt go big! Ich hab Amo, wenn jemand will. Ja, ich geh mal zurück. Braucht wahrscheinlich eh nicht mehr, aber... Sie könnten jetzt auf B. Ja, okay. So weit ist es auf dem Level 4 auch nicht. Also mindestens eine Kavallerie und ein Medic. Ja. Und die Kavallerie. Kann man ja mich auch vorbeigeiten sehen? Ne, ne, der ist ausgestiegen. Vor mir hier. Dann. Noch irgendwo einer auf der Flagge. Boah, der Team mit. Ah, hier ist er. Woanders. Ich glaube ich werde merken, wenn jemand in unserem Haus ist, wenn er mich reckt vom Haus aus. Ne. 3,90. Das gebe ich dem immer raus. Ah, Junge. Da kommt die Automatik hin. Oh, ah. Da kommt die Automatik hin. Oh, ah. Dann geht's. Du lädt auch mit Amorpies. Ups, falsch. Ach, komm. Werf. Nein! Shit! Nur noch einer auf D. Äh B meine ich. Repair the train. Haben wir das überhaupt? Nee. Deswegen dachte ich war es ja so dreckig. Das ist ziemlich lustig. Das ist immer das Geilste wenn man von 19 Meter entfernen gerefft wird. Oder über die Dünne-Pete erstmal Headshot bekommt. Ich hab mir auch sehr gemacht. Parcours. Ja Codex Entry unlocked. Sogar noch mit Double XP Boost. Und dann noch Level 97. Das bringt nicht wirklich viel. Ja. Und wie viel bringt einen Codex 20.000? 25.000. Wird Double XP überhaupt nicht? Ja. 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 Warum habe ich gerade Mini-Nades ausgestattet? Das ist neuer. Ja ich habe auch gerade einen Kill mitgemacht. Das hat mich gerade irritiert. Fixed Train. Oh ja wir waren an. Was für ein Mann. Danke war's nicht. Alter wir kommen da anzutanken. Und die will ich dann mit mich schießen. Komm Joli. Schau. 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 Bist du hier sieg grad. Rennen. Einen der Scouts der schossen war mir. Guck der andere liegt da oben irgendwo. Ist noch der Artig-Track hinter uns aber... Ich bin da, blöber. Da ist noch der Artig-Track hinter uns. Ja, der gibt einfach nur keinen Trick. Nothing to see here. Ach komm ich grad angehittet. Hinter mir! Hatten die 1-80-Double-Headshot bekommen. Wie grad alle bei einer nur gespawnsen, ey. Seid ihr sicher, dass es nicht geht? Ja, geht nicht. Ja, ich hab's probiert. Das geht nicht. Tank, äh, Twain Repent. Das wär immer voll OP hier. Ja, vor allem dann in 20er Schritten. Ja, wenn schon, denn schon. Definitiv balanced, Alter. Na ja, jetzt ist die Runde ja gleich vorbei. Na ja. Oh gut, noch ein Medic. Das wäre ein Sniper geht wahrscheinlich besser als das Fjord. Bö, dadurch halt ab. Das ist ein Fick. Komm Basti, wir disrespekten sie. Dis-disrespekten und spawnen ranpushen. Okay. Hey, lieber nicht. Oh Gott, jetzt mal Mörser abbekommen. Und komm der her. Aus dem Smoke. Ohl, alter Mörser. Was ist der eigentlich vom Level, wo ich es gesagt hab? Komm mal. Nein. Oh, nichts Zeug. Yes. Was? Kann gar nicht sein. Ich hab das Timing einfach nur mehr drin. Also hier kommt's. Der Multi-Kill. Ich könnte mal einer von euch Muni gehen. Denkram ein bisschen überfordert hier vorne. Ich hab jetzt mal Headshot bekommen. Oh, jetzt steht jemand direkt hinterher. Gas! Boah, so knapp ey. Oh, Leute, Gas. Quatsch. Quatsch. Weiter geht's. Gut reich in die Runde. Ja? Ja. Wenn man als Cavalerist unterwegs ist und man noch zwei Medics hat, ja? Ich hab's nicht gerafft einmal. Nein, ist okay. Wenn man einen Medik hat, besser. Wahrscheinlich wird Abstand die stärkste Klasse im geämpften Moment. Nein! Balanced. Außer du kriegst, keine Ahnung, Tank-Sniper und ein Pferd. Tank-Sniper ohne wieder Porosa als das.